Okay, Konzentration. Ich weiß, ich hab jetzt kaum was gesagt, aber hey. Ich schlag mich gar nicht mal so schlecht gegen die. Oh, fuck. Ja, eigentlich ist er tot. Auf dich in aller Ruhe Sternenmix. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Ah, besser als nix. Kannst auch mal sterben. Wäre nett. Sehr nett. Stirbst du jetzt? Nee, warum auch? Oh. Geht doch. Ah. Ah. Kurzer Cut. Okay. Kampf 5. Oh, ja. Hm. Na dann. Nee. Ich versuche jetzt mal zu lange die Kamo durchzuhalten, wie es geht. Scheiße. Oh, Glück gehabt. Okay. Oh Gott. Scheiße. Ähm, ja. Ne, ne. Sigh. Wurter Cut. Ich habe jetzt den ganzen Kampf mal übersprungen. Der hat eh... Ungefähr 20 Minuten gedauert, weil ich mich jetzt sehr blöd angestellt habe. Fehlt jetzt noch noch Kampf 6. Ab Level 40 aufwärts. Finsterstern X. Ehh. Oh Gott. Scheiße. Ehh. And what the fuck. Oh Gott. Darf ich mal dran kommen? Ah ja. Oh Gott. Meine Güte. Die Auswahl der items ist so groß. Ich kann mich nicht entscheiden. Oh yeah. Ich glaube nicht, dass ich den Kampf gewinnen werde. Hm. Ne, das wird nichts werden. Meine ich. Scheiße. Ich kann's vergessen Oh Gott Okay Ähm, Abbruch, danke Das wird nix werden Oh Gott Oh fuck Oh Gott Vergess es, Leute Ich muss auch immer nix zu sehr besichtigt sein Oh Gott Na dann Aua Ich kann und töte mich Aua Kann ich irgendwie so aufgeben Ich wollte euch eigentlich gerne Den stärksten Boss des Spiels zeigen Aber es Aber das ist nicht da hier Es gibt einen stärkeren Wenn ihr den hier besiegt Dann würdet ihr, glaube ich Einen Cup freischalten Cup 7, glaube ich